gekickt haben? Wenn ja, was haben sie in Wahrheit vor? Man weiß es nicht. Ich trinke mal kurz einen Schluck Kamillentee. Mhm. Was haben wir denn dort? Ah cool, mit Kuh kann ich, äh, die Mächte wechseln. Ah, okay. Interessant. Ich behalte mal den Feuer, das Feuerding. Äh, der bringt uns Beherrschung Hilfe. Verleiht die Fähigkeit, Menschen zu beherrschen, die Selbstmord begehen, wenn der Effekt abklingt. Das kostet nur 50. Bewirkt, dass die Opfer von Killer-Krähen zu Krähen fallen werden. Haha. Auch geil. Fügt Minicluster für einen größeren Wirkungsbereich. Also das kaufen wir uns auf jeden Fall mal. Für 40 Dollar. Das ist ja ein Scherz. Da können wir auch Menschen mit beherrschen. Possession now turns Maschine and Man into Allies. Okay. Um eine gespenstische Falle zu erzeugen. Cool. Alles klar. Ist ja auch sehr nett. Das ist nur eine Munition. Okay, das müssen wir gleich nachher mal ausprobieren. Würde mich mal interessieren. Haben wir hier noch irgendwas? Da ist eine Mülltonne. die Waffe würde ich ganz gerne wieder wechseln. So, Kollege. Mach mal. Mach mal Action da. Wow. Von mir nicht zu nah. Da war doch gerade einer. Da ist Salt. Das hätte ich ganz gerne. Ich möchte hier gerne zum Salt. Komm her. Fuck. Oh, so ein Mist. Aua. Jetzt stirb halt. Sag mal, wie oft muss ich denn da raufballern hier? Okay. Äh. Aua, 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 aua. Wie viele seid denn hier noch? Viele muss ich noch umlegen von euch. Hier muss irgendwo ein Nest sein. Fuck jetzt. Da kommt schon. Fuck it. Jetzt habe ich mich verklickt. So. Wie kommen wir jetzt am besten an dieses blöde Räter vorbei? Okay. Äh. Ich werde auf jeden Fall mal die Salz wieder wechseln. Wir können es nach und nach kaputt machen so, aber jetzt ist es kaputt. Okay, wunderbar. Wir haben es geschafft. Alles platt, alles platt. Wir sammeln jetzt noch die Überreste hier ein. Viel ist das ja nicht mehr hier geblieben. Und alle, die spawnen irgendwie die Gegner. Oh, hier haben wir Salz. Ah, Salz, Salz, Salz. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Da ist nichts weiter drin. Eine Orange. Eine Orange. Hallo. Ich nehme mal hier so die Tasche. Gar keiner da. Okay. Wo müssen wir lang? Links oder rechts? Wir müssen nach links scheinbar aus der Tür raus. Wir schauen aber noch mal, ob wir hier irgendwas Besonderes finden. Zumindest eine Banane. Bisschen. So, unser Leben scheint halb voll zu sein. Ist ein bisschen blöd gemacht, dass die Lebensanzeige dann so, ja, so, ähm, ich sag mal, ausgeblichen ist. Man sieht nämlich nicht richtig, wie viel Leben man noch hat. Also es sieht jetzt aus, als wäre die Bar halb voll. Ich glaube, wir haben auch halbes Leben. So würde ich mal schätzen. Aber genau sieht man das leider nicht. Finde ich. So, Silberegels nehmen wir noch mit. Und das war's dann, glaube ich, auch schon. Nee, nehmen wir noch was. Kaffee und Salz. Ein Apfel. An apple a day keeps the doctor away. Was ist denn das da? Was haben wir denn hier? Silberegels? Den Schreibtisch kann man auch noch durchsuchen. Okay. Auf in den nächsten Raum. Waren wir hier schon? Wirkt fast so. Binibidi Vigua. Jetzt können wir uns sogar die, nee, die können wir uns nicht leisten. Ich würde gerade sagen, das wäre es ja gewesen. Ich kaufe mir mal etwas Gesundheit. Eins können wir uns noch kaufen. Dann haben wir wieder volles Leben. Wechsel mal wieder die Waffe. Oh, die erste Power, äh, wie heißt das? Drip Line oder so? Ich gucke trotzdem erstmal, wo wir hier... Die Skyline, Sir. Diese Dinger, mit denen die Cops da vorhin bei der Verlosung ankamen. Also darüber. Ach, cool. Und das zeigt uns sogar... zeigt uns die Richtung an, in welche Richtung wir fahren können. Das ist ja geil gemacht. Gefällt mir. Wuhu! Geil! Alter, das macht Spaß. Wow, fuck, ist das schnell. Holy shit. Bam. Na, komm her. Ich bin gerade voll auf Adrenalin. Ich war auf der Skyline. Alter, das muss aber echt nicht sein. Ah, es tut doch weh. Wir können da sogar noch weiterfahren, ne? Das muss man wahrscheinlich sogar. Ja, müssen wir. Aber ich würde mir das trotzdem ganz gerne mal angucken, ob es hier noch irgendwas gibt. Jaha, guck mal, eine Infusion. Wir nehmen jetzt mal die Salzinfusion. Die nehme ich mal. Ein bisschen bringt uns das. Als nächstes nehmen wir dann die Gesundheitsinfusion. Ich würde mal sagen, oder wir pumpen einfach mal das Schild so ein bisschen mehr hoch. Vielleicht auch gar nicht mal so schlecht. Gott, sieht das geil aus. So cool gemacht, diese Skylands, dass darauf noch niemand anderes kam. Jo, ich bin da. Es geht. So. Das Silber-Eagles. Alles schön, alles toll. Gefällt mir. Was hat man hier auf dem Boden gehabt? Das war ein Gesundheitskit und ein bisschen Munition für die Pistole. Was ist denn da unten eigentlich? Okay. Will man glaube ich nicht wissen. Was haben wir hier? Muss ich erstmal die Fracht weiterfahren lassen, damit ich weiterkomme. Skyland Control. Skyland Control. Skyland Control. Und ein Voxerfon. Wieder der Comstock. Und der Herr sah, dass die Schlechtigkeit des Menschen groß war. Da reute ihn, dass er gemacht hatte den Menschen auf Erden. Regen. 40 Tage und 40 Nächte lang. Und er tilgte alles Leben vom Erdboden. Seht ihr, meine Freunde, selbst Gott hat das Recht auf einen zweiten Versuch. Und was ist Columbia anderes als eine zweite Arche für einen zweiten Anlauf? So, weiter geht's. Oh, fuck, der geht's runter. Wow! Yay! Für mich als Freizeitpark-Junkie ist das ja voll das Richtige. Oh, oh. Ciao. Ich bin runter. was für ein Gesindel hier. Na, kommt her. Ich mach mich platt. Die tust mir doch nicht weh. Wo bist du jetzt überhaupt hin? Da oben war er. Oh, jetzt rennt er weg. Ach man, ich drück mal die falsche Knochen. Da bist du ja. Schon vermisst. Ah, ah, ah. Du frecher Typ. Wie der die ganze Zeit rein rennt. Au. Da oben ist noch eine Skyline. Wie höre auf, dann bin ich wohl ran. Ah, da muss das Salz mit. so. Wie kommen wir da oben ran? Was ist jetzt die nächste Frage? Schoko-Rügel. Eigentlich brauchen wir gerade gar kein Leben. Da haben wir ein bisschen Silber drin. Ah, Zutra verboten. Anno in der Polizeibehörde. Jaja, gut. Da kommen wir also nicht hoch. Wie kommen wir denn da so? Ach, guck mal da. Okay. So. Das war es dann auch schon wieder mit dem Kollegen. Na, komm her. Hä? Willst du ein Duell oder was? Komm her. Hä? Los mit dir. Zack. Gute Nacht. Betriebsunfall. Ja, so könnte man das nennen. Alles klar. Können wir weitergehen, wa? Oh, guck mal. Wir können auch einen Abschub machen. Wow. Was ist jetzt los? Warum tun wir denn nichts? Na, okay. Von mir aus. Warum? Was macht ihr denn hier? Vorhin warst du noch Böses zu mir. Bin ich nicht okay hier? Naja, was sonst. Ich weiß, was du hier willst, falscher Hirte. Ich sehe jede Sünde, die deine Seele verfinstert. Wundet nie. Die Pinkertons. Alkohol. Glücksspiel. Und natürlich Anna. Und jetzt, um die Schuld zu tilgen, willst du mein Lamm rauben. Doch nicht jede Schuld lässt sich tilgen. Bokka. Du kennst mich nicht, Kumpel. Die Prophetie ist mein Beruf, Mr. DeWitt. So wie Blut der Ihre ist, wissen Sie, warum diese Männer für mich sterben. Ich habe Ihnen eine ruhmreiche Zukunft vorausgesagt. Und so sind Sie zufrieden. Was führt Sie nach Kolumbia, Bokka? Bringen Sie uns die Kleine und tilgen Sie die Schuld? Das führt zu Blutvergießen, DeWitt. Aber so endet es ja immer nicht. Es endet immer mit Blutvergießen. Du willst mein Lamm auf Abwege führen, aber dein Stab ist kump und ein Pfad gewunden. Geh, geh zurück in das Sodom, aus dem du kamst. Hm. Das war jetzt ein bisschen sehr strange. Und ich verstehe es nicht. Geh zurück! Geh an Bord des Zeppelins des perfekten Comstock. Alles klar. Comstock, mein Freund. Ah, Comstock! Ah, viel Spaß. Pumpe. Ich muss die Steuerung finden, um nach Monument Island zu kommen. So. Komm. Wollt ihr denn hier runter? Wo sind wir denn gerade? Sind wir jetzt weggeflogen schon? Na ja, gut. Dann suchen wir tatsächlich mal die Steuerung. No, no, no. Das sieht ein bisschen schlauend aus.